2, 1, 0. Der Strom ist aus und die Zeit läuft. Ab zum Aufzug. Denkt an den Heat-O-Meter. Verstanden. Heat-Level verdächtig. Was für ein Heat-Level, verdammt! Und damit herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde zu The Crooks. Wir sind in der Federal Reserve und probieren innerhalb von 2 Minuten diesen Punkt zu erreichen. Und falls du dich fragst, wie ich das machen werde, dann zieht ihr doch mein Video der Planungsphase hinein. Dort erkläre ich nämlich minutiös und ganz genau, was ich vorhabe, wie ich es vorhabe und was ich machen werde, wirst du jetzt sehen. Nämlich, als erstes schalten wir gerade einmal hier die Wächter-Info ein, dass wir sehen, wo der hier durchläuft und was der überhaupt macht. Und als nächstes machen wir hier gerade einmal die Türen auf und hier wartest. Und dann gehen wir mit dir hier rein, aber da wartest wir auch und mit dir gehen wir auch hier rein und da wartest du auch und mit dir gehen wir auch hier rein, weil du wartest hier auch. Komisch, he? So, und dann musst du hier aber sicher nicht warten. Das kann weg. Du kannst doch hier einfach rein. Hoffe ich. Ähm, wir werden es sehen, wir werden es sehen, äh, nein, du musst hier doch warten, ähm, aber du bist der Erste, der muss laufen, 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 weil da hinten kommt schon einer, wow, krass. Okay, dann planen wir gerade weiter und warten, bis du hier runterkommst, jawohl. Ähm, wer ist dahinter, du. Also, du kannst, ah, warte schnell, hey, du solltest hier vielleicht noch reinkommen, sonst wäre nicht schlecht. Und dann kannst du eigentlich gerade weiterziehen. Da durch, einmal bis hier rein. Äh, da hat es noch eine Türe, äh, da ist mir eigentlich egal, egal. Momentan noch, äh, reicht das? Gehst du jetzt da rein? Ja, gut. Äh, also, mit dir kommen wir auch da rein, mit dir kommen wir auch da rein, und mit dir sowieso, aber du kannst da rein. So, und jetzt müsst ihr aber ein bisschen Gas geben, weil wir haben noch 1 Minute 30 Zeit. Was? Wieso hast du mich jetzt gesehen? Stillbleiben! Verdammt! Okay, der hat sich da gedreht. Äh, ganz schlecht, ganz schlecht. Das heisst, äh, 3 Mal darfst du raten, was das heisst? Wir laden das Spiel gerade noch einmal von vorne, und zwar ziemlich genau von da. Also, äh, also nicht ganz von vorne in diesem Fall, sondern nur so halb. Aber ich darf nicht verwischt werden, weil, wie gesagt, der Hitometer ist, ähm, aufverdächtigt. Also, da heisst ich 1, 2, Maximum 3 Mal darf ich gesehen werden, bevor es mich dann verwischt. Jetzt musst du aber da rein kommen, und, aber das muss doch länger da, Mensch, Meyer. Komm, es reicht, da habe ich jetzt keine Bedenken. Ich muss einfach ein bisschen schneller rauslaufen. Mit allen, äh, hop, 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 warten. Äh, nein, komm, das reicht easy peasy. Yeah, easy peasy, wie ich gesagt habe. So, und jetzt hier müssen wir ein bisschen koordiniert vorgehen. Ähm, wieso ist eigentlich jetzt die Wächterinfo wieder weg? Wahrscheinlich, weil ich neu geladen habe. Okay, du läufst hier runter, schaust und dann, wenn du hinaufläufst, machen wir das. Jawohl, du bist bereit, sehr gut. Das muss jetzt einfach auch stimmen. Auf 3, 2, 1, jetzt. Jetzt. Oh, das wird knapp. Oh, das wird auch knapp. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas und dann musst du hier einfach rein. Oh, 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 komm, 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 gib, 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 gib. Ja, sehr gut, du hast es ihm gut gegeben. Wow. Jetzt könnten wir ja mit dir, warte, schnell, hier hinten durchschleichen. Und mit dir könnten wir eigentlich genau ... Ah, warte. Oh, komm, 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 das kommt schon gut. Das auch machen und mit dir auch. Dann sind wir ja mit allen dort hinten. Oh, reicht das? Yeah, das reicht ja, easy peasy. Gut, wir haben noch 30 Sekunden Zeit für die Update, dass ich da mit allen hier rein kann. Oh nein, du musst hier noch aufbeschliessen, verdammter Sack. Hoffentlich reicht das noch. Techniker bereit. 22,20. Ja, komm, das reicht. Du darfst dich einfach nicht so schnell kehren. Ja, easy peasy, tu doch nicht so ketzt. Hey, tu doch nicht so ketzt, 10 Sekunden Zeit. Bonus. Yeah. Ja. Jetzt geht's zum Hauptresor. Denk dran. Es gibt zwei Kontaktelemente, die gleichzeitig aktiviert werden müssen. Ja, ja, Bishop, du weisst Bescheid. Jawohl, du weisst Bescheid. So, und jetzt machen wir folgendes. Du gehst mir mal hier hin, aber warte bitte noch bevor du drückst. Und dann muss ich dich haben, um die Kamera zu klemmen. Und wenn du die Kamera geklemmt hast, dann kann ich hier hinten mit, äh, es ist eigentlich gleich mit wem. Äh, du kannst ja mal hier hin, aber hier warten. Und dann komme ich mit dir dann mal hier hin. Und da tust du mir auch warten. Gut. So, sobald der sich dort dreht, das ist jetzt der Fall, dann kannst du ja gehen, du kannst gehen und du kannst gehen. Bin bereit. Und du, äh, mit dir warte ich jetzt hier lieber mal noch schnell. Okay, du gehst hier hinten, brauche ich den Schalter? Da hat es noch einen Schlüssel, was ist das? Ein Sicherheits-Tür-Schlüssel. Ja, den kannst du eigentlich nachher noch holen. Also, dann müssen wir da mal das Zeugs abschalten. Äh, warte, die Tür, genau die Tür ist es gewesen, die du öffnen musst. Dann kannst du da hinkommen und warte schnell, ich brauche dich. Für was, für was? Ähm, ich komme ja da easy peasy rein. Also, kann ich da mit dir so, mit dir möchte ich das hier schnell rein holen. Also, du stehst mir nachher mal da drauf, dass ihr zwei da rein könnt. So, dann gehst du da wieder raus. Ah, jetzt komme ich natürlich hier nicht rein. Okay. Ähm, ja wir holen uns diesen Schlüssel da hinten schnell. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und, äh, kommen wir eigentlich gerade noch bis hierher? Ah, nein, kommen wir nicht. Oh verdammt. Kommt auch nicht mehr raus. Wie weit siehst du? Ich hoffe nicht allzu weit. Wow, das war Knäbe! Wieder mal einmal mehr! Okay, ich glaube ich brauche dich auch hier. Oh verdammt, ich habe Gummisollen. Okay, dann kannst du mal hier drauf stehen. Was ist der Plan? Dass du hier rein kannst. Right, jetzt gehst du mir hier wieder schnell runter. Und dann... Ah, hä? Verdammt, diese Tür ist ja hier. Genau, genau das war so. Das heisst, ich muss mit dir hier hinten schleichen. Hier legst du mir Gummisollen an. Und stehst du hier drauf und hier warte. So, dann komme ich mit dir. Gummisollen. Leg sie an. Hier hinten. Ah, lauf! Mit dir kommen wir mal hier hinten. Oh, das ist ein wenig näher. Gehen wir da noch ein wenig in die Ecke hinterher. Dass da nicht zu viel Unruhe gestiftet wird. Und mit dir kommen wir mal hier hinten. Gibt es ein Schloss zu knacken? Jawohl, das geht's. Und mit dir komme ich jetzt gerade noch hier. Oh, warte schnell. Was machst du? Äh, du gehst hier hinten. Wieso ist jetzt hier eigentlich die Wächterinfo schon wieder weg? Hey, ich will doch hier sehen, was ihr macht. Du gehst nachher hier hinten. Ja, ja, das geht. Das geht. Äh, du kommst mir einfach nachher wieder hier hinten. Sobald du das gemacht hast. Oh, verdammt. Das wird knapp. Das wird wieder mal. Äh, die Kniebe knapp. Geh rein. Geh rein. Oh, sehr gut. Das hat gelangt. Brauche ich dich hier hinten? Ja, ich brauche dich hier hinten. Weil da hat es doch noch so einen Schalterkasten. Genau, an dem darfst du dich beglücken. Und da, jawohl, immer fester drauf. Würden wir nämlich jetzt diese Wand hier einschlagen. Äh, oh, 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 oh. Warte doch noch schnell, warte doch noch schnell. Ich wäre so weit. Ja, du schon, aber ich nicht. Äh, warte schnell. Mit dir kann ich doch jetzt hier wieder raus. Einmal hier hinkommen. Äh, komm ich da durch? Nein, komm ich nicht. Äh, ja, Item. Du kommst mir gleich mal schnell hier hinten. Äh, wo bist du? Äh, können wir eigentlich jetzt schon schlagen? Ich glaube schon. Ja, ja, das kommt gut. Ja, ja. Das kommt gut. Sehr gut. Dann gehst du mal diesen Hebel drücken. Und dann diesen Hebel drücken. Und stehst du mal hier hinten. Techniker bereit. Äh, jetzt muss ich aber wieder überlegen. Schnell. Du hast ihn jetzt abgeschaltet. Wo bist der andere? Dort. Sehr gut. Dann kommst du mal hier hinten. Dann kommst du mal hier hinten. Und du kommst auch mal hier hinten. Ähm. 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 Moment. Moment. Wie ist das jetzt hier gegangen? Ich brauche einen Bunsenbrenner. Wer hat einen? Du hast einen. Aber. Du legst den in diesem Fall hier jetzt gerade schnell ab. Weil. Du läufst da rauf. Du kannst da rein. Oder? Jawohl. Du kommst da rein. Äh. Nimmst sie mit. Und. Brauche ich eigentlich den Rufus da? Ja, komm den. Lassen wir mal noch schnell. Und du. Was machst du? Aha. Du nimmst mir dann den Bunsenbrenner auf. Da. Und. Ah. Aber warte schnell. Das wird noch knäbe da. Das wird noch knäbe da. Hm. Weil. Ich muss warten mit dir im Fall. Ähm. Ich muss warten mit dir. Mach du zuerst mal da die Türen auf. Und dann machst du mir da noch die nächste Türen auf. Und dann machst du mir da noch die nächste Türen auf. Äh. Ich bin mir nicht so sicher ob das wird längen. Ich glaube eben nicht. Aber. Ich könnte doch eigentlich. Dich. Schnell K.o. schlagen. Dann würde es nämlich längen. Ja komm. Das machen wir. Äh. Was? Ah. Du bist noch nicht drin. Oder? Wieso? Du hast doch einen Bunsenbrenner. Panzerschrank. Okay. Du da mal alles löschen. So. Mit dem bitteschön. Gut. Gut. Ähm. Jetzt gehst du mir. Wieder. wieder. Jer. Rätour. Weil hier kann ich ja sonst nicht mehr viel machen. Ähm. Gehe schon mal bis hier her. Mit dir nehme ich den. Und mit dir. Gehe ich wieder hier hin? Du kannst eigentlich los, hallo? Ja, kick dem noch eins, genau. Gut, jetzt muss ich schnell überlegen. Du hast was? Einen Sicherheitsschlüssel und das Magnetband. Okay. Dann nimmst du noch den Panzertürschlüssel mit. Jawohl. Und du verschwindst auch mal hier hin. Oh, nein, warte, wer hat den Bunsenbrenner? Du, verdammt! Ich muss hier noch mal einen Bunsenbrenner haben. Ah nein, halt! Du hast ja einen Schlüssel für hier. Es nimmt es mir einfach nicht ganz so an, wie ich es gerne hätte. Ah, verdammt! Schau jetzt! Es reicht nicht. Kannst du den aufknacken? Nein! Scheisse! Okay. Dann haben wir jetzt hier einen Safe weniger. Ausser das hat hier noch einen Bunsenbrenner. Aber ich sehe nirgends einen. Dann lassen wir halt den Safe los safe sein. Ich dachte, mit diesem Schlüssel ist es aber nur ein Panzertürschlüssel und nicht ein Panzerschrankschlüssel. Ja, Pech! Gehen wir mal hier rein. Mit dir kann ich ja jetzt schon mal hierher kommen. Wie mit dir auch. Und dann mit dir auch. So. Und dann laufen wir nachher gleich da durch. Weiter mit euch allen. Und du. Geh mal hierher. Wo steht der Bishop? Komm. Gut. Jetzt kommen wir hier mal so hin. Und so hin. Weisst du was? Da ist doch noch irgendeiner. Ja genau. Oh, wenn du da vorne läufst. Wie weit siehst du denn eigentlich? Gut. Jetzt läufst du ja gerade runter. Ah, da müssen wir gut, 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 gut timen wieder. Äh, wir warten noch schnell. Ich muss mir das schnell anschauen. Äh, so. Wo ist da der Bishop? Da. Der kommt. Gut. Was machst du? Du bist auf Suche. Stehst du da rüber? Ja, ja. Du darfst dort besuchen. Das ist mir egal. Da müssen wir jetzt schnell schauen. Wo bist du jetzt? Wo stehst du da rein? Ah, das ist gut. Okay. Ähm. So. Ah, warte schnell. Wenn du so lange da drin bist, könnte ich aber eigentlich gleich rasch mit dir da hinzukommen. Und mit dir da hinzukommen. Äh, wilde Kamera schaltet ja dort aus. Ja. Okay. Ja, ja. Es ist ein kleines Hin und Her da. Komm mal da vorne. Komm mal da vorne. Komm mal da vorne. Wo bist du da? Du gehst nach einem da rein. Äh, wenn ich mich eben da... Ah, da muss ich sehr genau plan timen. Du schaust dann da raus. Okay. Okay. Auf geht's. Ah. Nicht verwischt. Löschen. Jetzt verwischt ich ihn. Gut. Ähm. Mach das mal. Alles klar. Du musst ja zuerst die Kameraklemme da hinzusetzen. Jetzt läufst du runter. Ja, ja. Jetzt laufen wir mit dir mal hier in der Ecke. Was ist der Plan? Und mit dir nachher hier auch hinterher. Techniker bereit. Gut. Da wirst du mich ja hoffentlich nicht sehen. Nein. Sehr gut. Also, dann können wir da jetzt rein. Beschlüsse auf. Ja, ja. Du könntest ja den Klebschuh mal mitnehmen. Und dann... Ähm. Da hinten. Ah, das ist eine Geldkassette. Das ist der Koffer. Okay. So darf er verschwinden. Äh, mit dir. Ich mache nachher das. Jetzt muss ich dann da schnell schauen, wie wir das am besten machen. Ähm. Laufst du schon wieder? Okay. Ähm. Nimmst du mir das noch? Und... Machst du da nochmal eine Pause? Ich hoffe jetzt mal schon. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Du machst eine Pause. Gut. Nicht so eine lange, wie ich gedacht habe. Aber... Es reicht. Es reicht. Es ist gut. Jetzt gehst du dort nämlich in diesen Raum hinein. Alles klar. Und... Dann kann ich mit dir hier raus. Nachher... Jetzt zum Beispiel. Und jetzt muss ich dir schnell überlegen. Sobald du da drin bist, kommst du mir auch da raus. Und weisst du was? Verstanden. Du? Du? Dich brauche ich, um... Jetzt die Tür zu zu kleben. Genau. So. Jetzt kann ich mit denen... Und mal hier herkommen. Dann kann ich mit dir... Mal drücken. Laufen. 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 Drücken. Laufen. So. Und du hättest eigentlich in dieser Zeit schon längstens mal das hier aufbeschliessen. Jetzt ist hier schön zu. Sehst du? Wow. Geil, oder? Hehehehe. Muss ich hier noch etwas an? Ich hoffe nicht. Sonst hatte ich Pech. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Du kannst doch jetzt hier rein und... Hallo. Lass mich raus. Hehehehe. Ja, ja. Wir lassen dich dann schon raus. Irgendeinig. Aber noch nicht jetzt. Wir müssen jetzt hier zuerst mal rein. Das gehört ja niemand. Nein, der gehört es nicht. Gut. Jetzt können wir nämlich... Wie kann ich das hier ausschalten? Mit dem... Sehr gut. Dann kannst du... Mal den hier drücken. Und wo haben wir da? My Lady. Da. Das ist jetzt schade. Ich habe einen Bunsenbrunner zu wenig. Hmmm. Du bist wieder auf der normalen Tour. Jawohl. Das ist gut. Brauche ich noch mehr Klebschaum? Eigentlich nicht. Jetzt ist das ausgeschalten. Die Kamera muss ich hier noch... ausschalten. Das kann ich aber auch mit dir machen. Warte. Nein. Du kommst nur bis dort hin. Okay. Äh. Puh. Du läufst mir einfach mal hier hin. Du bleibst hier stehen. Jetzt. Moment. Ich muss ja hier noch rein. Äh. Brauche ich hier Gummisohle? Du hast Gummisohle. Du hast Gummisohle. Du hast Gummisohle. Und... Das wäre es eigentlich. Wir brauche ich nicht. Also stand mal da drauf. Dann kannst du ja schon mal hier hin. Und hier rein. Jetzt wie ist die Tür da? Noch mit dem da. Okay. Dann kannst du ja noch hier. So. Äh. Weißt du was? Du kannst da drauf stehen. Äh. Ist er jetzt dort weg? Jawohl. Dann gehen wir da mal das so machen. Oh. Panzertür. Äh. Zum Glück habe ich hier ja einen Panzertürschlüssel. Dass ich da durch kann. Aber weißt du was? Da muss man noch schnell warten. Bis du dann da hin kannst. Okay. Äh. Run. Äh. Du kommst da hin und... Aha. Warte, 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 warte. Fuck, 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 fuck. Ähm. Läschen. Mach jetzt das einfach und dann stehst du da drauf. Was? Wieso nicht? Ah. Das ist auch eine beschissene Panzertür. Okay. Alles zurück. Alles zurück. Äh. Wobei. Weißt du was? Du kannst ja gleich, Avi. Da rein. Das macht mir ja nichts aus, wenn du da stehst. Aber wieso ist das eine Panzertür? Das heisst, ich brauche dich... Hier noch, um diese Türe zu knacken. Ach, Meno. Ähm. Was machst du für eine Runde? Ja komm, das sollte eigentlich gleich Länge. Gehen wir es an. Ja. Du kannst ja dann wieder hier runter. Und du kannst jetzt gehen. Bin bereit. Dann kannst du jetzt hier kommen. Ja. Aber du jetzt nicht schwierig. Brüderchen und Schwesterchen. So. Also. Dann gehen wir hier rein. Ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche diesen auch noch hier. Den lassen wir mal noch hier. So. So. Jetzt muss ich diese Türe aufmachen, dass ich hier zuerst habe. Ähm. Da hat es einen Koffer. Also. Du stehst mal da drauf. Dann kannst du da durch. Alles klar. Dann holen wir uns den Koffer. Dann holen wir uns den Koffer. Und dann hier drauf. Alles klar. Dann kannst du da durch. Das kommt gut. Das kommt gut. Das kommt gut. Lege die Türe. Schnauze dich. Gerade weg dort. Okay. Dann machst du das. Dann machst du das. Dann kommst du da hin. Du kommst da hin. Dann kommst du da hin. Und dann hat es ja da noch so eine scheisse Kamera. Die mich ja sieht. Okay. Äh. Dann müssen wir dich gleich mal schnell ausschalten. Äh. Den Hitometer hast du. Hm. Äh. Was machst du? Ah. Du machst da einen Kurzschluss. Das ist natürlich auch gut. Dann hätte ich die Gummisahle gar nicht gebraucht. Haha. Okay. Ja, ja. Ich weiss. Ich werde sehen. Ähm. Ähm. Das ist die Türe für hier. Alright. Gut. Ähm. Dann muss ich mir das da jetzt aber mal schnell überlegen. Wie das wir da in den Safe hineinkommen. Äh. Bis jetzt ist ja eigentlich alles recht zügig gegangen. Ähm. Bin gespannt wie es dann weitergeht. Und danke dir vielmal, dass du dabei warst. Ich hoffe du bist es dann. Das nächste Mal. Auf wieder. In dem Sinn. Cheers.